einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu diesem neuen video und damit zum unboxing des dritten türchens des hecht und barsch adventskalenders für das jahr 2000 und 21 vornampe wegstellen da ist die drei die habe ich wirklich gut gesehen diesmal das passt hier wirklich gut mit dem gelb auf dem schwarzen untergrund da findet man die zahlen doch deutlich leichter da muss ich mal sagen legen wir los gestern die köder habt ihr sehr gut gefunden ich auch dieses weihnachts design hat mir auch im letzten jahr schon sehr gefallen bei den ködern da bin ich aber gespannt was wir heute haben nichts weiter drin da haben wir einen köpfe black pintel christmas tree christmas dies hieß gestern auch die farbe stimmt v aktiv ist wieder dieses was denn so aussieht wie motor euro wo das hier natürlich grün ist und wahrscheinlich eher so ein chartreuse ist aber da sieht man hier schon was ich meine dass das hier auch wenn es gar nicht so aussieht ohne die lampe mit der lampe natürlich sehr erleuchtet hinten so ein pintel dran ich habe immer gedacht pintel kommt vom pinsel aber pin ist natürlich die nadel und nicht der pinsel habe ich auch mal irgendwann zwischendurch gelernt ja schon ein bisschen lustig manchmal naja also hier noch mal mit so einem kleinen nadelschwanz wobei pinsel schwanz würde auch passen oder wenn man so einen feinen maler pinsel hat so ein fein maler pinsel also ein fein künstler pinsel so wenn ich dann würde es auch passen ja okay auch wieder eine schöne farbe eine schöne verpackung also mit einem extra entworfenen wie sagt man denn klebe hier oben und von daher kann das auf jeden fall so weiter gehen ich hier noch mal sie bumms ding seafood also wieder dieses wahrscheinlich crawfish aroma hier kann ja mal versuchen die nase rein zu halten aber moment ja genau richtiger so wie diese ganzen lampe köder natürlich nicht die metallköder und die hat jetzt habe ich glaube noch nicht oder weiß ich nicht ist ja auch egal jedenfalls die softpads genau und ansonsten was das und wir sehen uns heute abend noch mal oder morgen wie ihr wollt bis dann macht's gut euer ami